Wir haben ja auf diesem Kanal bereits schon eine ganze Menge Distributionen und Betriebssysteme uns angeschaut. Was dabei ein bisschen so vermisst wird oder was ich da auch ein bisschen vermisse, sind Betriebssysteme oder auch Desktop-Oberflächen, die auch so ein bisschen speziell für Tablets, Touchscreen oder sogar Smartphones konzipiert sind. Das ist momentan in der Linux-Welt noch ein bisschen rar. Ich habe allerdings ein Betriebssystem gefunden bzw. eine Technologie, eine neue Shell, die das Ganze verbessern möchte. Und zwar geht es heute um die MAUI Shell. Doch bevor wir richtig loslegen, hier nochmal ein kleiner Reminder. Unten in der Videobeschreibung findest du diesen Link hier, Matrix.to, so ein Typ im Internet. Und damit kommst du direkt in den Matrix Space. Innerhalb dieses Spaces befinden sich zwei Räume, ein Chatraum und einmal Ankündigung und dem dann einfach beitreten. Und dann kannst du mit den Zuschauern hier von diesem Kanal direkt schreiben, deine Erfahrungen mitteilen oder auch Fragen stellen und ein bisschen helfen lassen. Gut, dann legen wir mal los und schauen uns mal die neue MAUI Shell an bzw. ein Betriebssystem namens Nitrux. Schnappt ihr einen Tee? Los geht's! Einen wunderschönen sonnigen Sonntagnachmittag. Guten Nachmittag! Es ist wieder Sonntagszeit für SonntagsOS und ja, ich bin so ein Typ im Internet und heute installieren wir Nitrux. Nitrux Linux. Nitrux ist noch ein ziemlich neues Betriebssystem, das noch gar nicht so lange auf dem Markt ist. Wenn wir mal schauen, also es basiert auf einem Debian Unstable, das heißt, das sind sehr, sehr neue Debian Pakete und auf Ubuntu Long Term Support und die Herkunft ist Mexiko. Das liegt an diesem netten Herren hier, das ist Uri Herrera und dieser Uri Herrera ist Designer, also mit Erfahrung im Designen von User Interface, von Benutzeroberflächen, Grafikdesign und ja, Design ist so sein Steckenpferd und das sieht man in Nitrux auch. Zusammen mit den Entwicklern von KDE Plasma, aber auch direkt von den Entwicklern von Ubuntu und Debian hat Uri Herrera die MAUI Shell entwickelt. Bei der MAUI Shell handelt es sich quasi um eine ganz spezielle Desktop Umgebung, die auf Plasma aufbaut und hier sieht man es auch schon. MAUI Shell ist eine Shell, also eine Oberfläche für Desktop, Tablets und Phones, also Smartphones und das Ganze schauen wir uns mal direkt an. So hier sehen wir schon mal so einen ersten Blick. Das hier ist übrigens, was wir hier auf dem Screenshot sehen, nicht direkt die MAUI Shell, sondern noch Plasma, aber dazu kommen wir jetzt. So hier, Hi there, meet Nitrux, powered von Debian, KDE Technology und Qt. Qt ist die Bibliothek, die Plasma verwendet. So hier finden wir dann ein paar Links, den Direktdownload für das Betriebssystem, aber auch noch ein paar andere Spiegelserver für den Fall, dass der Downloadlink hier nicht funktioniert. Ich habe das Ganze schon heruntergeladen und würde dann sagen, wir erstellen jetzt hier mal auf die Schnelle eine virtuelle Maschine. So, dann nehmen wir hier, dann einmal Nitrux, auswählen, wurde nicht erkannt, machen wir Debian, denn auf Debian basiert das Ganze. Auf Debian 11 weiter. So, Speicherplatz, beziehungsweise RAM Speicher, das brauchen wir durchaus ein bisschen. Ich nehme jetzt hier tatsächlich mal, ja, die Hälfte, also ich nehme jetzt meine 8 GB ungefähr und auch die Hälfte meiner Prozessor-Threads. So, dann einmal machen wir 50 GB, das denke ich sollte auf jeden Fall reichen. Und wir nennen das Ganze Nitrux. So, die Konfiguration bearbeiten wir noch, hier noch die Netzwerkbrücke auswählen. So, wir machen hier wieder ein UEFI-System, das mag ich immer besonders gern und schalten das CD-Laufwerk ein. Okay, und da sollte im Prinzip alles schon drin sein. Dann würde ich sagen, Video-Controller, ah ja, hier müssen wir Word.io, ansonsten kriegen wir nachher ein Problem mit der Auflösung. Und dann würde ich sagen, los geht's. So, hier haben wir Boot Nitrux Live, No-Splash-Mode, also ohne Bilder quasi am Anfang, wo dann nur der Text durchläuft und No-Mode-Set-Mode, also wo alle zusätzlichen Modi abgeschalten wird. Wir nehmen aber das ganz normale, das erste und das wird jetzt geladen. So, hier hat sich das Ganze jetzt auch schon aufgebaut. Wir sehen im Prinzip auch schon so ein bisschen die Oberfläche. Ich werde jetzt einfach mal schauen, dass wir hier die Bildschirmauflösung nochmal etwas anpassen, denn das ist mir dann doch alles ein bisschen zu quadratisch. Einmal anwenden, jawohl, keep, perfekt. Ja, und falls du das Ganze in einer virtuellen Maschine mitmachst oder auch in eine virtuelle Maschine installieren möchtest und du die Auflösung nicht hinbekommst, dann auf jeden Fall im Wirt-Manager von QXL den Grafiktreiber von QXL auf Wirt.io umstellen, denn mit QXL kommt Plasma nicht so ganz klar. So, haben wir dann einmal installieren. Und dann kommen wir zu, ja, einem wunderschönen Installationsassistenten, den ich so noch gar nicht kenne. Und hier können wir erstmal mit der Sprache anfangen. Die Sprache ist Deutsch. Einmal hier. Jetzt ist auch alles sofort auf Deutsch eingestellt. Sehr schön. Dann einmal weiter. Dann die Region ist Europa, Berlin. Das wird dann wahrscheinlich die Zeitzone sein. Ja, steht ja hier auch. Dann weiter. Jetzt haben wir noch das Keyboard-Modell. Das ist die Tastaturbelegung. Ist eine, ja, generische Standard-Tastatur, die ich hier habe. Das ist auch okay. Und ich will mal schnell schauen, ob wir hier... Ja, funktioniert. Gut. So, Vor- und Nachname. Dann machen wir das doch mal alles richtig schön. So ein Typ im Internet. Dann... Oh, sehr gut. Welchen Namen möchten Sie zum Anmelden benutzen? Und da hat er mir hier quasi schon vorgeschlagen. So ein und dann T-I-I. Finde ich gut. Finde ich auf jeden Fall extrem gut. Ich belasse es aber bei Typ. So, der Name des Computers ist Nitrux. Können wir klein schreiben. Nitrux. Dann ein sicheres und kompliziertes Passwort. Und Root-Passwort nehmen wir dasselbe. Das möchte er also ein separates Root-Passwort haben. Das kommt direkt noch von Debian, weil Debian trennt das immer noch. Und automatisch anmelden ohne Passwortabfrage ist nie zu empfehlen. So, einmal weiter. Und jetzt kommen wir zur Festplatten-Formatierung. Hier oben sehen wir schon EFI-System. So, einmal hier. Eine Auslagerungsdatei brauchen wir eigentlich nicht. Dadurch, dass er das aber als Standard aktiviert hat, lassen wir das Ganze. Das wäre dann quasi die Swap-Datei. So, dann einmal weiter. Ja, und hier kommt dann nochmal die Zusammenfassung von dem, was wir hier gerade alles eingestellt haben. Hier die Partitionierung. Das gefällt mir soweit. Und einmal installieren. Jawohl, jetzt installieren. Gut, und jetzt heißt es einfach abwarten. Und somit ist die Installation zu Ende und wir können das ganze System neu starten. Und hier befinden wir uns auch schon im Standard-Anmelde-Bildschirm von KDE. Und hier oben links können wir jetzt aussuchen, welche Sitzung wir denn starten möchten. Da gibt es einmal dann KASK. Das ist dann quasi die Maui-Shell-Oberfläche. Die gucken wir uns aber gleich an. Wir werden uns jetzt erst mal die Standard-Arbeitsoberfläche Plasma anschauen, weil hier gibt es auch eine ganze Menge zu entdecken. Und da fangen wir mal an. Sehr schön finde ich die Animation und das mit den Bildern. Das ist alles sehr, sehr, sehr schön gelöst. Und hier merkt man dann auch die Liebe zum Detail, aber auch das Know-How von dem Uri Herrera, der sich ja in Oberflächendesign sehr, sehr gut auskennt. Gut, so, hier sind wir jetzt drin bei der Standard-Oberfläche. Das ist die ganz normale Standard-Plasma-Oberfläche, wobei Standard ein bisschen sehr untertrieben ist. Bevor wir aber loslegen, Anzeige und Monitor, werden wir erst mal die Bildschirmauflösung noch einmal anpassen. Da haben wir es. Anwenden, beibehalten. Okay. So, so sieht das Ganze aus. So, was sehen wir hier schön ist, anders als die normale Standard-KDE-Plasma-Oberfläche, haben wir eben jetzt hier nicht die Leiste hier unten, die Startleiste, sage ich mal, sondern das Ganze ist so gelöst, dass die Leiste, die Startleiste hier oben ist. Wenn wir jetzt hier draufklicken, sehen wir, dass das auch alles ein bisschen anders ist. Und hier unten haben wir ein Dock. Und in diesem Dock sehen wir einmal schon angeheftete Anwendungen, einen Papierkorb und, ja, die Arbeitsflächenauswahl mit vier Arbeitsflächen. Gelöst wurde das Ganze mit dem Latte-Dock. So, das heißt hier oben, das ist ein Latte-Dock und genau hier unten, wenn man hier rechts klickt, darauf macht ebenfalls das Latte-Dock. So, was haben wir dann hier an Anwendungen vorinstalliert? Wenn wir jetzt hier draufschütteln, was haben wir hier? Die Systemeinstellung finden wir direkt auf diesem kleinen Schraubensymbol. Das ist im Prinzip dasselbe wie hier unten. Und hier sehen wir auch schon, ist so ein bisschen die Standard-Systemeinstellung von KDE Plasma. So, was gleich ins Auge fällt, ist NX Firewall. Das ist eine von, ja, NX, beziehungsweise von dem Maui-Team oder dem NX-Team, von dem Nitrox-Team, eine selbstgeschriebene Firewall, die ziemlich einfach auch zu lösen ist. Hier kann ich eingehende und ausgehende Verbindungen entsprechend einstellen, entweder erlauben oder verweigern, verwehren und kann das Ganze dann hier einmal an- oder ausschalten. Natürlich nur mit Passwort. So, jetzt ist die Firewall aktiviert und jetzt wird jeder eingehende Traffic quasi verweigert, aber raus telefonieren darf ich. Ich werde das Ganze jetzt hier mal wieder disablen für den Fall der Fälle, dass es nicht gleich zu Problemen kommen könnte. So, und ansonsten haben wir hier die, ja, standardüblichen Verdächtigen, alles was man so braucht, um KDE Plasma einzurichten. Und hier beim Aussehen kann ich dann entscheiden, ob ich zum Beispiel Nitrox Dark haben möchte, was ja das Standard-Design ist für Nitrox Plasma oder auch Mix. Mix bedeutet, dass die Anwendung, dass die Fenster soweit hell sind, aber die Fensterrahmen sowie das Menü weiterhin Dark. Das ist also dunkel. Das erinnert so ein bisschen auch an Ubuntu. Ubuntu macht das ähnlich. Und dann gibt es noch direkt das Light-Theme, also das Nitrox-Standard-Thema, wo dann im Prinzip alles hell ist. Das hat jetzt hier zwar nicht funktioniert, liegt möglicherweise daran, dass es eine virtuelle Maschine ist, dass er das Ganze jetzt hier nicht so richtig erfasst hat. Ist aber überhaupt nicht so schlimm. Ich mache jetzt einfach alles wieder auf dunkel. Das ist dann auch ein bisschen angenehmer für die Augen. Gut, sei es denn aber erst mal gewesen. Wir schauen mal weiter, was wir jetzt hier so finden. Hier oben dann abmelden und Energie sparen oder abmelden und Computer sperren. Und ja, hier haben wir dann die Anwendungen. Ziemlich einfach, ohne Kategorien, einfach quasi in das Menü hier rein. Ich kann direkt hier oben dann suchen, was ich brauche. Hier, wenn ich zum Beispiel LibreOffice Writer haben will, sehe ich, dass das nicht installiert ist. Und wir sehen, dass das Ganze hier schon recht sparsam installiert wurde. Das heißt, hier ist nicht allzu viel vorinstalliert. So, wir haben Arc als Packer quasi für, als Archivverwaltung, Standardarchivverwaltung zum Erstellen und auch zum Entpacken von Zip und Tar Archiven. Dann gibt es Buho, ist so eine Note-Taking-Anwendung. Also kann man so Sticky Notes machen, also Notizen. Und Clip ist dann ein Abspielprogramm für Videos. Dann gibt es noch, ja, Communicator ist nämlich mal eine Art Kontakte. Genau, Search Contact, da kann ich meine Kontakte verwalten, eine Kontaktverwaltung. Firefox ist der Standardbrowser, der hier standardgemäß drin ist. Und wie man sieht, wenn ein Fenster sich öffnet, das Dock unten verschwindet, sobald die Anwendung, ja, das Dock überlagern würde. Und sobald ich das ein bisschen wegmache, ist das Dock dann wieder da. Ja, ist also sehr schön. Dann, wenn ich das beim Firefox nicht haben möchte, dass diese, ähm, diese Schließen-Buttons hier so weit oben sind, weil ich ja ein bisschen mehr Platz haben möchte, dann kann ich hier auch einfach in die Einstellungen gehen, Customize Toolbar und dann hier unten bei Titlebar einfach den Haken raus und dann, ja, und dann sind die Buttons dann entsprechend direkt neben den Tabs. Normalerweise auch auf der rechten Seite, hier jetzt auf der linken Seite, das lässt sich sicherlich nachher in den KDE-Einstellungen einstellen. Ja, so habe ich jetzt ein bisschen kompaktere Browser-Übersicht. Was mir auch aufgefallen ist, dass, äh, hier oben jetzt gar keine Menüleiste angezeigt wird, weil ja hier auch das Menü fehlt. Äh, denn normalerweise hat das Latte-Doc, äh, ja, zeigt das Latte-Doc im Prinzip hier so die Menüs an mit Datei und Bearbeiten und so weiter. Das sogenannte Global-Menü, ich zeige das mal anhand des, äh, System-Monitors. Ja, so sieht man dann hier oben dann dieses Global-Menü, wie man das so schön sagt. Das ist jetzt hier auf Englisch, das ist nicht ein bisschen an der Anwendung selber. Und das fehlt beim Firefox, das bringt der Firefox leider selber gar nicht mit. Und ich glaube, wenn man aber Alt drückt, dann kann man sich hier dann dieses, ähm, Menü selber aufrufen. Übrigens, falls du in Firefox einfach die Sprache ändern möchtest, in der Regel ist das immer standardgemäß auf Englisch. Hier dann einfach die Sprache entsprechend ändern. Auf, äh, G wie Deutsch, da, German, Add, OK. Und anwenden und neu starten. Normal nimmt, äh, oft nimmt der Firefox das immer gleich an. Hier nochmal neu starten und jetzt ist es auch auf Deutsch, ne. Und dann haben wir hier Datei, Bearbeiten, Ansicht. Einfach die Alt-Taste drücken. So, sei es drum. Äh, schauen wir mal weiter. Wir hatten ja eben schon, äh, ein paar Sachen hier gesehen. So, bei den Anwendungen, äh, wie zum Beispiel, äh, Buho oder auch der Communicator hier. Hier sieht man ja, die sehen alle schon so ein bisschen ähnlich aus. Oder auch Index. Handelt es sich um sogenannte Maui-Apps. Das sind halt, äh, nette, nette Animationen. Das sind halt Anwendungen, die, äh, direkt mit diesem Maui-Toolkit geschrieben wurden. Ja, das Maui-Toolkit, äh, ist quasi die, der, der Unterbau für die gesamte Maui-Oberfläche nachher, die wir uns gleich noch angucken und, äh, ja, bringt sogar, äh, seine eigenen Maui-Apps mit. Und diese Apps sind eben so konzipiert, dass man sie nachher zum Beispiel auch auf einem Tablet und so weiter nutzen kann oder auch auf einem Smartphone. Also die sind, ähm, ja, in diesem Design halt, äh, gehalten. Da werden wir dann noch auf weitere Maui-Apps dann treffen. So, dann schauen wir mal noch, äh, äh, auf Station vorbei. Station ist quasi, ja, das Terminal. Und es handelt sich dabei tatsächlich auch ebenfalls um eine Maui-App, also um ein eigenes Terminal. Und wir schauen mal, was für einen Kerne wir installiert haben. Ja, gar nicht mal so alt, der 5.15.11. Wir sind aktuell, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, ist der wirklich Latest-Kernel, ist der 5.16.0. Ja, und das heißt, äh, dieser Kernel ist wirklich nicht sehr weit davon entfernt. So, oben rechts, wo die Uhrzeit ist und auch der Lautsprecher, hier haben wir dann das Notification Center quasi. Wenn ich jetzt auf den Lautsprecher draufdrücke, habe ich hier, äh, eine komplette, die komplette rechte Seite, wo hier unten dann auch der aktuell abgespielte Titel angezeigt wird. Und hier kann ich die Lautstärke einstellen. Oder auch hier die Netzwerkeinstellungen, beziehungsweise hier auch ein Kalender mit den laufenden Events. Und hier steht noch, please configure your location. Ich nehme mal an, hier wird dann das Wetter auch angezeigt. Gut, sei es drum, wir melden uns jetzt hier einfach mal wieder ab. Einmal hier, dann einmal Logout. Und jetzt loggen wir uns mal in Casked ein. Ich nehme Casked X11, weil Wayland hier bei mir, in der virtuellen Maschine, wo man noch so ein paar Performance-Probleme macht. Ansonsten ist Wayland auf jeden Fall vorzuziehen, weil das wirklich sehr, sehr gut läuft. Auf Bare Metal, wie man so schön sagt. Auf einer richtigen Maschine. So, hier sind wir auch in der Maui-Oberfläche. Momentan lässt sich leider die Auflösung hier in der virtuellen Maschine nicht einstellen. Solltest du Nitrox auf einer richtigen Maschine installieren, dann wird sich die Auflösung automatisch anpassen. Hier funktioniert es leider aktuell nicht. Denn wir dürfen jetzt auch nicht vergessen, die Maui-Shell, das ist die Maui-Oberfläche, ist noch, ja, quasi in der Anfangsphase, noch in der Krabbelphase, wie man so schön sagt. Das heißt, das ist alles andere als fertig. Das ist hier quasi ein Preview, welches bereits auf dem Nitrox-ISO schon mit drauf ist, so dass ich mich da schon ein bisschen orientieren kann. So, das, was als allererstes auffällt, ist, es erinnert dann doch sehr an eine Oberfläche für Smartphone und Tablets. Wir haben hier unten, ja, so ein Funktions-Dock, dann hier oben mit der Leiste, mit der Uhrzeit und den Benachrichtigungen hier und oben rechts die wichtigsten Einstellungen, wie zum Beispiel ist auch ein Akkusymbol zu sehen. Ich nehme mal an, das wird dann auch diese rote Linie hier sein. Da aber kein Akku gefunden ist, steht die jetzt quasi auf rot. Ja, hier kann ich dann auch das System neu starten und beenden. Und wir sehen auch, es wird sofort der gesamte Bildschirm beansprucht, wenn ich hier drauf klicke. Hier auf dem kleinen Pfeil wird dann noch ein bisschen mehr angezeigt. Hier habe ich dann meinen Musik-Player. Wave funktioniert hier allerdings aktuell nicht. Wenn ich den starte, dieser Musik-Player ist hier in der Maui-Fell noch nicht funktionsfähig. Hier gibt es dann Einstellungen. Ah, ja, nach einer Weile geht es wieder zurück. Hier gibt es dann noch die Einstellung für die Lautstärke, die Helligkeit. Bei Notebooks ist das sehr, sehr wichtig, beziehungsweise eben auch bei Tablets und Handys. Und die Mikrofon-Lautstärke kann ich hier entsprechend einstellen. Und es ist wirklich sehr, sehr intuitiv. Also es ist wirklich sehr, sehr schön zu bedienen auch. Sowas kann ich hier noch. Und hier kann ich mir dann noch die, ja, Audio-Schnittstellen dann wahrscheinlich auswählen. Und gleich hier daneben haben wir noch die Einstellung fürs Internet. Da gibt es dann einmal, ja, die WLAN-Verbindung. Die wird dann bei Smartphone oder Tablet wohl eher hier dann notwendig sein. Und, ja, Bluetooth-Einstellungen, Helligkeit. Hier gibt es, glaube ich, ja, ein Bildschirmausschnitt abfotografieren. Also ein Screenshot kann ich hier machen. Mikrofon einstellen und allgemeine Einstellungen. Ganz oben links gibt es dann noch das Notification-Icon, wie man so schön sagt. Hier werden dann entsprechend alle Benachrichtigungen angezeigt, wenn man eine neue Nachricht bekommt oder nicht. Das kann ich dann auch ausschalten, stumm schalten. Ist ein bisschen verwirrend. Wenn dieser Button aus ist, bedeutet das Benachrichtigungen Sinn an. Ist der Button blau, bedeutet das Nachrichtensinn aus. Ja, das ist gut. Gut, und hier kann ich ebenfalls nochmal in die Einstellungen, wenn ich das möchte. Das funktioniert jetzt hier allerdings aktuell nicht. So, wenn ich jetzt hier Rechtsklick mache, passiert gar nichts. Das liegt natürlich in der Natur der Sache, denn es gibt keinen Rechtsklick auf Smartphones und Tablets. Was aber wunderschön ausfällt, ist hier unten so eine Linie. Und wenn ich da mit dem Mauszeiger mal hinfahre, sagt er mir auch schon, was ich machen soll. Es wird hier eine Hand gezeigt. Ich soll also schieben. Und wenn ich jetzt hier schiebe, habe ich quasi eine Arbeitsoberflächenanzeige, wo ich dann hier weitere Arbeitsflächen hinzufügen kann, was allerdings in der Testphase auch noch nicht funktioniert. Ich habe hier die Möglichkeit, alle Anwendungen pro Desktop mir anzeigen zu lassen. Da ich jetzt aktuell keine Anwendung habe, ist das Ganze jetzt hier leer. Ich kann alle schließen, alle Anwendungen mit einem Schlag. Ich kann verschiedene Desktops mir anzeigen lassen, nämlich die hier dann. Und ich kann auch nochmal in die Desktop Einstellungen, die ebenfalls aktuell nicht funktionieren. Da das mit dem Plus nicht funktioniert, kann ich mir aber auch eine neue Arbeitsoberfläche erstellen, indem ich hier ganz einfach diese Arbeitsfläche einfach nach links schiebe. Und dann wird eine neue erstellt und so weiter und so fort. Und schon habe ich zwei Arbeitsoberflächen. So, hier unten finde ich dann quasi die Anwendungen. Das erinnert einen dann doch so ein bisschen auch an die Gnome-Oberfläche. Aber das ist natürlich die natürlichste und beste Ansicht für Anwendungen auf einem Smartphone oder einem Tablet. So, die meisten Anwendungen funktionieren hier leider aktuell nicht so richtig. Wie gesagt, Wave, wenn ich jetzt hier Wave starte. Oh doch, Wave funktioniert jetzt. Interessant. Das war jetzt gar nicht geplant. Ich dachte gar nicht, das hat tatsächlich bis vor kurzem gar nicht funktioniert. Schön, dass das funktioniert. Ja, Wave ist also ebenfalls ein Player aus dem Maui-Toolkit. Also es ist eine mit dem Maui-Toolkit geschriebene Software. Und hier merkt man dann auch schon, wie vom Design her das Ganze auf Smartphones und Tablets auch angepasst ist. Finde ich sehr, sehr schön. Wir können ja dann gleich hier mal schauen. So, hier sehen wir jetzt, da hat sich der Wave Player auch hier geöffnet. Hier werden dann die Titel entsprechend angezeigt. Und hier die Anwendung, die dann gerade läuft. Das wäre jetzt hier Wave Player. Es gibt, kann man halt noch andere Player dann auch benutzen. So, einmal zumachen wieder. Dann gucken wir nochmal weiter in die Anwendungen rein. So, Inkscape lässt sich natürlich auch starten. Und man sieht auch, man kann hier nicht wirklich Sachen verschieben. Ich kann dann hier nur entsprechend, wenn ich die Anwendung schließen will, unten auf den Pin klicken. Dann entweder Maximize oder Close. Also es gibt ja auch keine Button zum Größer machen oder Kleiner machen. Vielleicht kommt das noch. Vielleicht wird das noch nachgereicht. Oder es bleibt halt so. Macht natürlich für Tablets und so weiter auch durchaus Sinn, das Ganze vielleicht entsprechend ja, separat zu steuern. Ich möchte jetzt hier mal noch die Index öffnen. Das ist ja im Prinzip der Dateimanager. So, hier sehen wir auch eine leichte Transparenz dann. Und wenn ich jetzt zum Beispiel hier unten auf die Arbeitsoberflächen gehe, hier auf Show Desktop, dann sehe ich hier alle Anwendungen, die ich auf diesem Desktop entsprechend habe. Settings, wie gesagt, funktioniert nicht. Und das Clear All funktioniert auch aktuell nicht. Allerdings kann ich hier rüber die Anwendungen zum Beispiel schließen. Ist also sehr, sehr vielversprechend. Dementsprechend lohnt sich auf jeden Fall mal ein bisschen rumzuspielen und rumzuschauen. So, nicht wundern, wenn jetzt hier unten Firefox steht und hier oben auch nochmal Firefox, dass die Anwendung hier zweifach drinne steht. Die sind nicht zweifach installiert, sondern die an, das hängt noch ein bisschen damit zusammen, dass es einmal wird die Anwendung hier oben angezeigt und einmal hier die Verknüpfung auf die sogenannte Punkt Desktop Datei, was im Prinzip die Anwendungsverknüpfung ist. Die erkennt er momentan mit an und zeigt sie zusätzlich an. Und das, denke ich mal, wird dann noch nachbereinigt. So, was ich fast vergessen habe, das Software Center von Nitrox sieht erst mal genauso aus wie jedes andere Software Center auch. Ein kleiner Unterschied ist natürlich die Kategorie Maui Apps. Das sind dann eben die Anwendungen, die speziell mit dem Maui Toolkit geschrieben wurden, wie zum Beispiel Station. Hier sehen wir auch schon als Beispielbild, hier war schon ein Beispiel. Hier sehen wir auch als Beispielbild, wurde Maui quasi oder Station schon auf einem Smartphone installiert. Ja, hier sehen wir dann so ein bisschen von der Auflösung her, wie das Ganze dann nachher auf einem Smartphone zum Beispiel aussehen wird. Und wenn ich das Ganze entsprechend herunterladen möchte, hier, dann sehe ich, dass das Ganze hier als App-Image angeboten wird. Und das ist auch der Standardpaket. Das sind auch die Standardpakete, die Nitrox bzw. auch das Maui Toolkit anbietet. Man konzentriert sich hier hauptsächlich auf App-Images. App-Images sind natürlich immer mit Vorsicht zu genießen, besonders dann, wenn ich App-Images einfach so irgendwo herunterlade im Internet. Deswegen App-Images am besten immer direkt aus dem jeweiligen Store, aus dem jeweiligen Software-Center herunterladen. Denn nur so kann man auch sicher gehen, dass diese entsprechend auch geprüft sind. Der Vorteil von App-Images liegt auf jeden Fall auf der Hand. Man hat eine, ja, absolut geringe Installationszeit. Man braucht quasi nichts installieren, weil so ein App-Image einfach direkt out of the box funktioniert und bringt quasi alle Abhängigkeiten in einem Paket gleich mit, ohne dass man hier das Abhängigkeit noch irgendwie im gesamten System entsprechend nachinstallieren muss. Umgekehrt natürlich auch, wenn ich dann ein App-Image einfach wieder lösche, dann sind alle dazugehörigen Abhängigkeiten einfach ebenfalls gelöscht und somit habe ich dann auch ein sauberes System. Das ist gerade bei Tablets und Smartphones durchaus sinnvoll, weil ich ja da mein System nicht so vollmüllen möchte. So, ansonsten lohnt es sich hier. Es gibt bereits schon die WhatsApp für Linux ebenfalls als App-Image. Kann ich mir das Ganze dann hier herunterladen. So sieht das Ganze dann aus. Ja, App-Image wird dann heruntergeladen. Dann sagt er mir hier, ist fertig. Ich sage OK. Und hier oben, die Benachrichtigung hat mir dann gesagt, OK, die Anwendung ist jetzt fertig zum Öffnen. Und dann können wir das einfach mal öffnen und schauen, ob das Ganze so ein bisschen funktioniert. Tut es leider nicht. Momentan in dieser Testphase funktionieren viele Anwendungen hier in dieser Maui-Shell noch nicht. Da sollte man sich aber jetzt nicht entmutigen lassen oder darauf schimpfen. Wie gesagt, das ist nur so ein Preview, ein Sneak-Peak auf das, was auf uns zukommt. Ich werde das Ganze jetzt hier wieder entfernen. So, und das geht ruckzuck. Was ist Nitrox und für wen ist Nitrox geeignet? Ich denke, Nitrox ist aktuell nicht als normalen Daily Driver zu empfehlen, als normales, täglich zu benutzenes Betriebssystem. Da es sich bei Nitrox eher um eine komplette Testumgebung oder eine Arbeitsumgebung ist für den Bau von der Maui-Shell. Deswegen, wenn du mit aktiv an der Maui-Shell mit arbeitest, dann ist Nitrox definitiv ein absolutes Muss, diesen als Daily Driver zu nutzen. Denn so kann man zwischen der Maui-Oberfläche und der KDE-Plasma-Oberfläche hin und her schalten und kann so seine Anwendungen entsprechend testen. Nichtsdestotrotz lohnt es sich auf jeden Fall, Nitrox mal Test zu installieren und ruhig auch mal ein bisschen zu benutzen. Es lässt sich genauso benutzen wie jedes andere Betriebssystem auch. Wer die App-Images dann nicht haben möchte, kann ganz normal über den apt-Paketmanager ganz normal seine Pakete installieren. Denn Debian ist ja quasi der große Unterbau und der kann sich dann hier auf jeden Fall austoben. Die Maui-Shell selber ist natürlich noch überhaupt nicht im Produktiv-Status. Also es ist nur zum Angucken, mal zum Schauen, was auf uns zukommen wird, was uns erwarten wird mit der neuen Maui-Shell. Allerdings ist das KDE-Plasma sehr, sehr schön gestalten, auch mit dem Latidoc. Und ich muss sagen, ich freue mich schon sehr, wie es dann hier in der Entwicklung weitergeht. Da bin ich wirklich mal gespannt. Aber was weiß ich schon, ich bin ja nur so ein Typ im Internet.